Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebru! Hallo! Okay, wir befinden uns hier in einem Autohaus und hier gibt es ganz, 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 ganz viele verschiedene Autos. Da ist zum Beispiel ein krasses. Und es gibt aber auch ganz, ganz, ganz... Oh ja, da ist ein Formel 1 Auto, hast du das gesehen? Ja. Da. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, diese Autos kaputt zu machen, denn das ist unsere Aufgabe heute. Und ich bin gespannt, hier haben wir die Rangliste, Leute. Wir müssen der Top-Crusher werden. Ah, okay. Hier können wir also verschiedene Autos spawnen lassen. Und habe ich Geld? Nee, null. Ich habe null. Okay, das heißt, wir können erstmal nur die Kostenlosen nehmen. Dann beginnen wir mal mit diesem Teil hier. Mit dem Morris Mini. Spawn Morris Mini. So. Ah, jetzt bin ich in der Kiste durch. Wir können damit fahren. Yo. 30 kmh. 40. 50. 60. 70. Komm, komm, komm. 80. Oh, der ist gar nicht so... Oh, hier ist sogar auch in so einem Parcours, Ivo. Alter. Mit 100 kmh. Hui. Ups. Äh. Gut. Auto ist vielleicht kaputt an der Stelle. Kann ich da wieder einsteigen? Ah ja. Äh, Flip. Ah, okay. Wir müssen das aber kaputt machen und nicht damit rumfahren. Also fahren wir jetzt erstmal zurück und müssen das kaputt machen. Da gibt es, glaube ich, so Schrottpressen oder so. Ah, guckt mal. Wenn ich gegen die Dinger fahre, kriege ich Punkte. Habt ihr gesehen? Jetzt habe ich drei Geld und einen Parkpunkt bekommen, weil ich gegen den Baum gefahren bin. Okay, wartet mal. Ich fahre mein Ziel dagegen und bam. Yo, vier Geld. Okay, jetzt gibt es hier verschiedene Sachen, womit wir die Autos kaputt machen können. Das ist alles Premium. Das haben wir noch nicht. Wo sind denn die Billigcrusher so für uns? Ah, hier. Der Freezer. Okay, wir beginnen mit dem Freezer, Leute. Wir gehen mal rein. So. Jetzt muss ich, glaube ich, diesen Knopf drücken und dann schnell rausrennen, oder? Nein, ich bin nicht rausgekommen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, du bekommst aber voll viel. Ja, das Auto wird eingefroren. Ah, guckt mal, das ist übelst kaputt jetzt schon. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht auch eingefroren werde. Ebu, deine Haare gucken aus dem Auto. Ups. Kannst du mit einsteigen? Nee, oder? Ich glaube nicht. Nee. Hab ich keinen? Oh. Doch, ja, ich sitze drin. Gib Stoff, Ebu. Ja, ich bin so. Wie viel Geld hast du eigentlich? Ich bin schon langsam. Ich habe 135. Okay, wir schauen mal. Ich habe nämlich 220. Das reicht noch nicht für das nächste Auto. Okay, dann müssen wir diese Karriere nehmen. Die sieht aber auch schon gar nicht so schlecht aus. Ach nee, das ist ein VIP-Auto. Oh Mann. Da müssen wir auch den Transporter nehmen, den Ebu hat. Let's go. Oh Gott. Der ist echt langsam. Ebu, fahr mich mal zurück zu dem Transporter. Oh. Wo sind wir? Ich weiß auch. Ja, wieso wärst du so schlecht? Ebu, die hat jetzt hier die Vorderseite weggehauen. Da fehlt ein bisschen was vom Auto jetzt. Boah, ich komme nicht voran. Ey, das Auto ist viel zu schlecht. Okay, Ebu, ich bin weg. Tschüssi. Okay. Jetzt bist du wieder drin. Ich will hier raus. Nein, darfst du nicht. Flip die Hinkel. Kann ich das flippen? Ey, guck mal, wo wir sind. Wir sind mega weit weg. Oh. Ups. Tschüss, Ebu. Mach's gut. Ich ertrag das nicht mehr, deine Fahrkünste. So Leute, jetzt sind wir hier wieder endlich da. Ebu ist 10 Kilometer weggefahren. Jetzt muss ich nur mein Auto finden. Das müsste ja eigentlich irgendwo rumstehen. Hallo, Transporter. Wo bist du? Ah. Uh. Weg mit dir. Boom. Oh, ich hab halt umgefahren. Oh, der ist bei mir eingestiegen, Ebu. Oder nur so wenig. Okay. Wir waren, okay, das Eisding hatten wir. Ich muss kurz die richtige Stelle finden. Hier gibt es noch andere. Okay, aber wir gehen in der Reihe nach. Wir hatten also den Freezer. Jetzt gehen wir zum, zur See. Oh, guck nicht das mal an. Okay, das ist richtig cool. Wir steigen aus und aktivieren die Sägeblätter. Genau, das Ding geht zu. Und let's go. Oh mein Gott, ist das cool gemacht. Alter Schwede, das Auto wird mega kaputt gemacht. Oh, ich schalte bald das nächste Fahrzeug frei. Hey, 450 hab ich schon. Und jetzt in die Lava da hinten, oder wie? Boom, in die Lava. Das gibt auch noch mal Fettpunkte. Aber es reicht nicht ganz für 500. Schade. Die Frage ist, komm ich hier lebend raus aus diesen Dingern? Das hab ich noch nicht. Ah, da ist noch eins. Ah, jetzt ist es kaputt. Fahrzeug freigeschaltet. Okay. Okay, wir schalten das direkt mal frei, Leute. Da ist 500 da. Das ist das erste Auto. Boom. Und wir sind drin. Ah, das ist auch so ein Transporter. Das sah gar nicht so aus auf dem Bild. Oh, 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 oh. Ebro. Ebro. Reihe 3. Reihe 3. Du musst zu Reihe 3. Wir kriegen 1000 Kohle, wenn wir überleben. Wo ist denn Reihe 3? Das ist Reihe 2, Reihe 4. Okay, Leute, folgendes ist passiert. Einer hat irgendwie die Selbstzerstörung eingeleitet. Und es ist ein Helikopter gelandet. Bei Reihe Nummer 3. Ich sehe kein Helikopter. Oh, oh, okay. Ich fahre einfach mit dem Auto weg. Tschüssi. Wenn wir überleben, kriegen wir Kohle, Ebro. Das Ding geht, glaube ich, gleich in die Luft. Krass, Mann. Wieso aktiviert der sowas? Bist du auch noch? Ich bin auch drin. Das sehe ich so gut, glaube ich. Ich fahre jetzt raus. Ich bin weit weg. Ich sollte dir eigentlich sicher sein. Wo ist denn der Helikopter? In 20 Sekunden. Ich weiß nicht, wo der Helikopter ist. Aber in 20 Sekunden explodiert die Bude. Aber ich stehe echt weit weg. Ich müsste eigentlich safe sein. Alter, Countdown. 3, 2, 1, 0. Oh, mein Gott. Das erwischt mich. Das erwischt mich, Ego. Das erwischt mich. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Okay, wir hätten den Helikopter gebraucht. Aber das Gute an der Sache war, das hat das Auto zerstört. Und dafür hat man Punkte bekommen. Ah, das ist gut. Okay, wo bin ich? Hallo, bin ich in der Lava? 867. Okay, wir holen uns nochmal das Auto, was wir gerade schon hatten. 1.550, das nächste Auto. Wir haben ja schon einige Sachen jetzt durch. Eine Atombombe hatten wir jetzt sogar. Das nächste ist der Laser. Laser. Okay, wir gehen mal in den Laserraum. Mal sehen, was der kann. Der sieht eigentlich recht harmlos aus. Ich sehe, ach, oder? Ich sehe nichts mit Laser, Leute. Ah, oh! Oh, das schneidet mein Auto. Oh, wie viele Punkte das gibt. Okay, das ist ja übel heftig. Ich glaube, die Sache ist, ich mache das, glaube ich, die ganze Zeit falsch. Das fällt mir gerade auf. Ich glaube, man soll hier reinlaufen und dann dort rüber gehen und das von dort aktivieren. Okay, wir probieren das gleich mal beim nächsten. Ebro, du blockierst das Ding hier. Hallo, Hilfe. Ja, ich will hier rein. Du blockierst das. Kannst du es irgendwie öffnen? Nö, tschüss. So, wir gehen jetzt zum Speedcrash-Test. Wartet mal, was ist das? Distanz. Ach, hier muss man einfach fahren, oder wie? Okay, ich gebe Stoff, Leute. Speedcrash-Test. Alter, bin ich schnell. Wow! Okay, also 170, maximale Geschwindigkeit. Ich denke mal, ich fahre jetzt gleich gegen irgendetwas, wenn das ein Speedcrash-Test. Ah ja, da ist eine Wand. Da ist eine Wand. Wow! Das hat mein Auto komplett kaputt gemacht. Aber es hat nicht so viele Punkte gegeben. Das war, glaube ich, nicht so effizient, muss ich leider sagen. Okay. Sacker. Neuer Raum, neues Glück. So. Dieses Mal sind wir aber clever genug und machen das mal so hier. Wir klettern hier hoch und jetzt sollten wir doch die Aussicht hier gleich haben. Ja, genau. Oh! Ach, so funktioniert das. Ach, hier kann man sogar... Ah, krass. Hier kann man sogar noch Sachen. Medium. Fast. Hier kann man sogar noch Sachen umstellen. Hä, aber es geht noch gar nicht los. Wieso geht es da nicht los? Laufband an. Und? Oh! Oh! So funktioniert das. Das erklärt natürlich einiges. Dann ist man auch nicht die ganze Zeit auf dem Laufband. Du musst wegrennen. Wir haben das nächste Auto freigeschaltet. Du musst an dem... An der Seite ist so ein Gang. Da musst du rein. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Was ist das denn für eine Innenausstattung, Leute? Oh, Mann. Okay, let's go. Wir gehen zum... Welchen hatten wir jetzt noch nicht? Den Stairfall. Den hatten wir noch nicht. Wir fahren mal hier... Wow! Das ist eine unendliche Treppe, Alter. Wie ihr unschwer an meinem Namen erkennen könnt, bin ich jetzt VIP-Crusher. Jetzt muss ich aber nur noch den VIP-Gang hier finden. Ist das Reihe 4? Hallo? Oh, ja, der Kompressor, Leute. Rein hier in die gute Stube. So, zack. Und wir laufen wieder hoch und aktivieren den Kompressor. Ich bin gespannt, was der kann. Das ist jetzt ein VIP-Raum. Das heißt, den kann nicht einfach so jeder benutzen. Okay, wir öffnen, wir aktivieren. Das müssen wir hier machen. Extend-Crushers. Okay. Okay, okay. Jetzt müssen wir das Fließband anmachen. Genau. Und jetzt hier. Ah, das ist eine Schrottpresse, Leute. Und das gibt massiv Punkte und Kohle. Guck dich das an. Okay, das hat nicht ganz gereicht bis zum nächsten Level. Wenn ich jetzt auf Respawn drücke, bin ich dann einfach wieder an der nächsten Karre drin? Ah ja, sehr praktisch. Der Kanonschuss. Das wird auch die letzte Tour sein mit der Karre, weil dann haben wir das nächste Auto freigeschaltet. Kanonschuss, Evo. Ich bin gespannt, was der macht. Okay, wir können hier wieder aktivieren. Ach nee, wir müssen es erst hier. Oh, guck dich das mal an. Fire-Kanone. Okay, wir aktivieren das Laufband. Ist das Auto drin? Ich habe keine Ahnung. Wir aktivieren die Kanone einfach mal. Passiert jetzt hier was? Ah, da unten ist das Auto. Ah. Okay, jetzt muss ich aktivieren. Oh, Alter. Vehikel unlockt. Wir haben das Auto freigeschaltet. Und das ist völlig im Heimer. Okay, wir müssen unser Auto wechseln. Wir haben das nächste freigeschaltet. Und zwar können wir jetzt diese schnieke Karre benutzen. Spawn. Ein Chevrolet. Das sieht doch schon wie ein schickes Auto aus. Ey, hier ist eine Vierer-Truppe unterwegs, Evo. Vier Leute in einem Auto und die crashen mich. Oh, das ist cool. Die Waschmaschine, die Minigun. Okay, wir gehen mal in die Mini... Oh, Alter. Wir gehen mal in die Minigun rein. Das wird, glaube ich, heftig. Wir aktivieren den Crusher. Wir aktivieren das Laufband. Und wir aktivieren die Minigun. Die Waschmaschine. Oh, wir haben ja verdammt viele Hebel. Okay, jetzt erst mal das Laufband an. Genau. Dann machen wir hier Fast. Hier auch Fast. Open Washer-Gate. Okay, und... Waschgang an. Maschine los. Waschmaschine. Ja. Die ist, glaube ich, mit der Heftigsten, Leute. Die hat das Auto komplett zerstört. Ich glaube, das war die krasseste bisher. Steig mal ein, Ivo. Ich bin ganz schön schnell. Ja, warte. Oh. Beim Stehen. Ich gucke sonst nicht rein. Ivo, du hast keine Haare. Ja, aber du auch nicht. Bei mir sieht das aber nicht so schlimm aus. So, Leute. Die Karre ist schon ziemlich schnell jetzt. Wie schnell fahre ich denn? 140. Bremse. Oh, ich habe 3400 Punkte für diesen kleinen Crash bekommen. Dankeschön, dankeschön. Oh, da liegt unsere Motorhaube. Ja, kann passen. Welche hatten wir denn jetzt noch nicht, Leute? Ich glaube... Hier, den hatten wir noch nicht. Spike Pit. So, ich würde aussteigen, Ivo. Ich habe es gesehen. Tja, du hast da drei Sekunden. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Zack, okay. Wir aktivieren. Wir machen das Ganze schnell. Aktivieren das Laufband. Und. Ah, das sind einfach solche Spikes. Alter, ich habe 92.000 dafür bekommen. Zum krönenden Abschluss benutzen wir. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Den Blender. Das sind, glaube ich, einfach so mehrere verschiedene. So, so. Wie nennt man das? Das ist ziemlich krass, Leute. Ihr werdet gleich sehen. Das ist schwer zu erklären. Also hier. Da seht ihr es. Die drehen sich gleich alle. Das ist eigentlich auch so mit das Heftigste, was ich gerade noch gesehen habe. Wir machen das hier mal auf schnell. Das auf schnell. Jetzt aktivieren wir die drehenden Räder. Bam. Und jetzt aktivieren wir das Laufband. Ho, ho. Und. Bam. Wow, das ist echt das Heftigste, Leute. Komplette Zerstörung. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ihr noch alle anderen Stages und Autos sehen möchtet, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.